Harte Zeiten erfordern noch härtere Maßnahmen und deswegen habe ich für euch die Top Dupes zu meinen liebsten, aller aller liebsten High 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 End Produkten aus der Drogerie so günstig wie es nur überhaupt geht für euch zusammengesucht. Und wir werden heute ein Side by Side Look schminken. Auf der einen Seite wieder die Drogerie Produkte, auf der anderen die High End Produkte. Und ihr kennt das Spiel. Ich kann damit euch und der Welt beweisen, dass Drogerie Make-up mittlerweile weitaus besser ist als vor einigen Jahren und teilweise sogar besser als die High End Seite. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es geht euch natürlich gut. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Ich bin bereit. Es ist sehr früh am Morgen, aber ich habe richtig, richtig Lust drauf, es mir selbst zu beweisen. Eigentlich mache ich es ja jeden Tag, aber ich habe da trotzdem Lust drauf. Ich hoffe, ihr süßen Mäuse seid gut drauf. Ich will auch gar nicht so lange quatschen und wir hüpfen auch direkt ins Video. Ihr wisst, dass sich mein Make-up so ein bisschen in den letzten Monaten, vielleicht mittlerweile schon ein Jahr, doch schon verändert hat zu dem, was ich früher gemacht habe. Früher war die Huda Beauty Foundation war Maxim und Maxim war die Huda Beauty Foundation von der Deckkraft her. Das ist mittlerweile anders geworden. Es liegt natürlich auch daran, dass ich sehr, sehr viel Zeit und Energie in meine Haut investiert habe und nicht mehr so unsicher bin mit meiner Haut. Aber auch, weil sich einfach mein Selbstbild gewandelt hat. Früher habe ich immer gedacht, okay, ich brauche teure Sachen. Ich brauche Full Coverage Sachen, um eine andere Person zu sein. Und mittlerweile bin ich mehr Ich geworden und weiß, dass ich mich nicht unter dem Make-up verstecken will, sondern das, was da ist, einfach enhancen möchte. Und damals habe ich mir die Sensor Foundation gekauft. Das ist die Luminous Sheer Foundation mit Lichtschutzfaktor 15. Ich trage sie mir mal auf der einen Seite auf, dass ihr sie gleich sehen könnt. Und das ist eine sehr, sehr leichte, wunderschöne Foundation, die so ein bisschen auf Wasserbasis ist und sich sehr, sehr schnell und einfach in die Haut einblenden lässt. Die hat eine recht gute Deckkraft, Tatsache. Und farblich passte die auch sehr gut. Sensai ist, glaube ich, eine japanische oder koreanische Marke. Ich weiß es nicht genau, die viel Skincare macht. Und wenn ihr euch die Preise von den Skincare-Produkten mal anschaut, ihr werdet umfallen. Also teilweise sind da Cremes 5, 6, 700, 800, 900 Euro. Alle schon gesehen. Und da denke ich mir, okay, es gibt für diese Produkte natürlich auch eine Zielgruppe. Und was ich immer so schön finde an High-End-Produkten, egal ob es Make-up, ob es Parfums, ob es Klamotten sind. Und du kaufst ja nicht unbedingt nur Qualität, weil das ist oft, heißt das nichts. Du kaufst aber dieses Erlebnis. Und ich glaube, dass das heute, vor allem bei uns, die jetzt nicht 800, 900 Euro für eine Foundation oder für eine Creme ausgeben wollen und vor allem auch können, wir trotzdem das Gefühl haben wollen, dass wir ein schönes Produkt haben. Und da ist es mir wichtig, euch einfach diese Produkte zu zeigen und euch auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen, dass man nicht immer alles haben muss, was teuer ist. Es war bei mir eine Zeit lang ganz, ganz besonders so, wo ich wirklich viel, viel Geld, was ich damals nicht hatte, zu meinen YouTube-Anfangszeiten beispielsweise, ich gedacht habe, ich brauche diese teuren Sachen, um besser zu sein, um toller zu sein, um anerkannt zu werden. Und ganz ehrlich, F.U. Muss nicht sein. Foundation ist sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite trage ich von Catrice die Clean ID Hyper Hydro Skin Tint Foundation. Ist es nicht? Es ist eher wie so ein Skin Tint. Schauen wir mal, ob die Farbe jetzt passt. Ein bisschen dunkel. Also farblich ist es natürlich ein kleiner Unterschied, der ist aber auch wesentlich leichter. Von der Textur her, eins zu eins dasselbe. Von der Deckkraft her würde ich sogar fast sagen, ist der Sensai ein bisschen leichter als der von Catrice, aber der Catrice hält besser. Also das muss man schon sagen, da sieht man den Unterschied sehr. Beide Spendenfeuchtigkeit, der von Sensai hat zwar einen Lichtschutzfaktor mit drin, aber jetzt nicht unbedingt so super, super hoch. Also das ist immer nur so ein kleines Gimmick, muss aber nicht sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr in den letzten Monaten wahrscheinlich auch eher Abstriche gemacht bei Produkten, die ihr euch sonst gerne gekauft habt, bei High-End-Produkten? Und wenn ja, welche waren das? Das würde mich sehr interessieren. Was sich bei mir vor allen Dingen im letzten und vorletzten Jahr bereits geändert hat, ist mein Konsum von Parfas. Ich liebe Parfas und ich würde super, super gerne auch irgendwann mal mein eigenes Parfas rausbringen. Ich habe auch schon eine Idee. Aber bis dahin freue ich mich natürlich an Düften, die es schon gibt. Und ich bin ein großer Tom Ford Fan gewesen. Aber ganz ehrlich, 300, 400, 500 Euro ist einfach nicht drin und muss auch einfach nicht sein. Deswegen, wisst ihr, bin ich ein großer, großer Freund von Larisée geworden. Ihr wisst, dass ich mit denen schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, weil sie mir einfach die Möglichkeit geben, tolle Düfte zu günstigeren Preisen zu kriegen. Falls ihr Larisée nicht kennt, erkläre ich euch kurz, was die Mäuse dort machen. Sie haben über 250 Duft-Zwillinge zu den beliebtesten Düften. Und es kommen immer wieder neue dazu. Wenn ihr also einen Duft habt, wo ihr sagt, okay, das ist euer High-End-Duft, den ihr gerne habt, aber ihr wollt vielleicht ein bisschen Geld sparen, ihr wollt ein bisschen strecken, ihr wollt auch einfach diesen tollen Duft immer noch haben, obwohl er einfach preislich vielleicht nicht mehr der richtige ist, dann schaut unbedingt im Duft-Chat oder im WhatsApp-Service vorbei. Dort kann euch nämlich sofort geholfen werden. Ihr schreibt einfach, hey, ich suche einen Tube zu Tom Ford Lost Cherry und ihr kriegt dann den Duft-Zwilling ausgesucht. Und apropos Tom Ford Lost Cherry. Ein Duft, um den ich seit zwei Jahren, anderthalb Jahren immer umherschlingel. Ich hatte euch neulich mal in einem Vlog im KDW mitgenommen und hatte den Tom Ford Lost Cherry gesehen. Und ich dachte mir, boah, das ist ein Duft, den riechst du zehn Meter gegen den Wind, aber nicht, weil er so stark und penetrant ist, sondern weil er so perfekt ist. Der ist so wunderwunderschön abgerundet und der gibt einfach so eine ganz besondere Aura. Und ich habe gewartet und ich habe Larisée angefläht, dass sie ein Duft-Zwilling dafür rausbringen. Und guess what? Er ist da. Das ist der Larisée 184 Best Cherry. Und Trust and Believe... Oh, das ist purer... Ich will es nicht sagen. Dieser Hauch an reifer Kirsche und ein bisschen Jasmin türkischer Rose, der so sehr besonders komponiert ist. Und alter Schwede. Also wenn ihr sehr interessiert an dem Lost Cherry Wart und gesagt habt, ey, 300 Euro für einen Duft, excuse me, muss nicht sein, probiert Best Cherry unbedingt aus. Ihr bekommt mit meinem Code nicht nur 20% Rabatt, sondern auch den goldenen Refill gratis mit dazu. Also denkt unbedingt an den Code. Es gibt aber auch noch einen anderen Duft, das ist die Larisée 185. Ich kann euch nicht genau den Duft sagen, aber vielleicht kann ihn ja jemand in die Kommentare von euch Mäusen schreiben, der es errät. Das ist ein sehr, sehr teurer Duft von einem Namen, den man sehr, sehr schlecht aussprechen kann. Jasmin Safran, so ein bisschen Zedernholz, sehr, sehr rich. Der riecht wie eine reiche Maus. Wenn du reich riechen willst, 185. Das ist wirklich betörend. Der ist sehr, sehr teuer und vor allen Dingen ein sehr, sehr gehypter Duft in der Duft-Beauty-Welt. Also das ist eine große Empfehlung. Gibt natürlich auch noch einen anderen. Das ist beispielsweise Arrogance. Nummer 493. Der ist ein bisschen schwerer. Der ist vielleicht auch was für euren Mann. Wenn ihr so ein bisschen auf Ud und ein bisschen auf Zedernholz und Patchouli steht, so ein bisschen was orientalischeres, aber nicht so ledrig, sondern eine modernere Version davon. Dann könnte Arrogance was sein. Ich verlinke euch auch noch mal die Produkte unten und ich schreibe euch auch noch mal die genaue Duftbeschreibung mit rein. Es gibt auch noch einen, den würde ich so ein bisschen als Unisex bezeichnen. Das ist die 858. Der ist so ein bisschen frischer, so ein bisschen sommerlicher. Basilikum rieche ich raus. Orange. Ein sehr frischer, freundlicher Duft, der einfach Lust auf Sportivität bringt. Aber ihr findet auch viele Duftzwillinge zu euren liebsten Düften, die ihr vielleicht schon zu Hause habt. Unten und ihr bekommt 20% Rabatt. Die Preise sind unschlagbar. Ich freue mich drauf und ich bin ganz gespannt, für welchen Duft ihr euch entscheidet. Jetzt rieche ich wie eine Rich Lady und wir können weitermachen mit dem Concealer. Und da habe ich auf der einen Seite den Tarte Shape Tape Double Duty Beauty Creamy. Das ist der Feuchtigkeitsspendendere. Ein riesengroßes Füßchen, eine super hohe Deckkraft und der hält wirklich gut. Also das ist ein sehr, sehr solides Produkt. Das kennt ihr schon. Das habe ich euch schon tausend Male gezeigt. Welchen ich euch noch nicht so oft gezeigt habe, ist der von ELF, der Hydrating Carmo Concealer. Der hat ein ebenso großes Füßchen. Farblich ist er ein bisschen anders. Aber auch der ist von der Textur her literally the same thing. Also ich frage mich manchmal und oft ist es so, ob die in derselben Fabrik produzieren und teilweise wirklich dieselben Formulierungen drin haben. Das ist bei dem Concealer sehr, sehr ähnlich. Bei vielen Lidschatten merkt man das. Beispielsweise Natasha Denona haben wir gleich noch produziert in selben Produktionsstätten wie andere Marken, die wesentlich günstiger sind. Also da muss man schon immer so ein bisschen schauen und kann da auch gerne mal vergleichen. Und das ist ja auch keine Schande. Ich blende mir auf der einen Seite erstmal den Tarte Shape Tape ein bisschen aus und auf der anderen Seite drehe ich den Schwamm und blende den ELF Concealer aus. Ich fixiere mir das Ganze einmal mit losem Puder. Und vor allen Dingen, wenn das Ganze fixiert ist. Wir fixieren meistens diese Creamy Concealer ja alle. Du siehst keinen Unterschied mehr. Beide haben eine sehr, sehr hohe Deckkraft. Beide halten sehr, sehr gut. Der einzige Unterschied ist, wie bei allen Produkten, die ich euch hier gezeigt habe und zeigen werde, der Preis. Und das ist wirklich fantastisch. Apropos Natasha Denona. Ich hatte mir damals ein Produkt gekauft und ich habe mich so ein bisschen geärgert heute Morgen, als ich die Produkte rausgesucht habe, dass ich das nicht so viel benutzt habe. Das ist der Puff Paint Liquid Blush Serum von Natasha Denona. War recht teuer und ist auch eine ganz spannende Sache gewesen. Das kommt hier mit so einem Applikator, geht so ein bisschen in die laxige Richtung und ist wirklich wie so ein Serum, würde ich fast schon sagen. Ich arbeite mir das mit einem fluffigen Pinsel hier ein und der taucht die Haut immer nur in so einen leichten Touch an Farbe, wenn ich ehrlich bin. Also der sieht sehr, sehr schön auf diesen leichten Foundations aus, weil er halt auch sehr, sehr leicht selber ist. Auch ohne Foundation sieht er sehr gut aus. Ihr seht das, der verbindet sich sehr, sehr schön mit der Haut. Auf der anderen Seite einer meiner Favoriten an Cream Blushes aus der Drogerie ist der Cheek Heat Blush von Maybelline. Das ist ein Sheer Gel Blush. Auch von der Textur her sind die sich sehr, 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 sehr ähnlich. Sehr wasserbasiert, also sehr frisch, sehr leicht. Es gibt den von Maybelline in mehreren Farben. Die Farbe 30 Coral Ember ist die, die am nächsten an die von Natascha Denona rankommt. Oft geht es ja aber auch einfach bei Dukes, finde ich, darum zumindest, dass die Intention hinter dem Produkt die gleiche ist. Also so ein Gel Blush sieht natürlich auch einfach immer viel, viel frischer und sanfter auf der Haut aus als so ein Full Creamy Blush. Ganz klar. Base ist snatched. Wir machen selbstverständlich direkt weiter mit Bronzern. Und da habe ich mich tierisch gefreut drüber, weil ich das so gar nicht irgendwie in Erinnerung hatte. Wir haben einmal hier auf der günstigen Seite den L'Oreal Bronze to Paradise Bronzer. 21% natürliche Inhaltsstoffe. Der hat so einen ganz, 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 ganz zarten Schimmer mit drin. Sehr subtil. Also nichts Intensives, nichts Starkes, sondern einfach sehr erwachsen. Und ich klopfe mir den einfach hier rein. Weil meine Base jetzt nicht so fixiert ist, wische ich nicht, sondern ich klopfe. Und das sorgt dafür, dass die Base einfach nicht so zerrubbt wird, sondern ihr einen Hauch an Bronzer habt. Damit gehe ich auch direkt hier so ein bisschen auf die Stirn und fixiere mir mit dem Bronzer so ein bisschen den Skin Tint. Das sorgt einfach dafür, dass ich nicht zu viel Produkte mit drauf habe. Und gerade wenn wir diese leichten Looks machen wollen mittlerweile, ist es besser, weniger Puderprodukte an Setting Pudern zu benutzen und eher mit Puderprodukten wie Bronzer, Cream, Powder Blush, Powder Highlighter zu fixieren. Sehr, sehr subtil. Sehr, sehr zart. Auf der anderen Seite nehme ich das Gucci Puder. Und das ist eigentlich ein Face Powder gewesen. Damals gab es noch keinen Bronzer von Gucci. Die gibt es mittlerweile. Aber auch der ist von der Textur her eins zu eins dasselbe. Ich müsste mal schauen, wer Gucci produziert. Manchmal oder oft ist es so, produziert. Also gehören diese High-End-Beauty-Brands dann zu L'Oreal, zu Cody oder sonst was. Und auch der hat einen ganz, ganz zarten Schimmer drin. Das Puder, das Gesichtspuder ist sehr, sehr gut. Aber wenn ich ihn hier einklopfe gleich. Ich habe die andere Seite des Pinsels genommen. Excuse me. Wo ist der Unterschied? Wo ist er? Ich habe euch mal ein kleines Stückchen hergeholt, dass ihr euch die Base von nahm ansehen könnt. Die Kunst dieser Gel Blushes ist einfach, dass die Haut sehr, sehr prall aussieht. Weil ihr noch mehr Feuchtigkeit in die Haut gebt. Ansonsten, mir gefallen beide Seiten natürlich sehr, sehr gut. Aber, also, ich müsste das Ganze mal ausrechnen. Aber wir sind hier ja weit bei über 2, 3, ach, mehr als 300 Euro Preisunterschied. Das ist schon... Muss man halt selbst wissen, ne? Ob man dann auch noch so viel Geld für so Sachen ausgibt, ne? Also, guess what? Ich tue es nicht mehr. Wir haben noch was anderes. Da bin ich ganz so sicher, ob es ein Blush, äh, ein Dupe ist. Bin ich ehrlich. Wir haben einmal den Hourglass Ambient Lighting Powder. Der ist ein bisschen gröber, schimmernder als das Dupe, was ich gleich für euch habe. Da nehme ich meinen LM1 Brush und dasse mir das hier nur so ein bisschen rüber. Das ist so eine Mischung aus Finishing Powder und Highlighter. Kannst du eigentlich überall mit hingeben. Ich habe den Sinn davon noch nicht ganz verstanden, was es wirklich machen soll. Aber es sieht sehr, sehr hübsch aus. Auf der anderen Seite werde ich denselben Pinsel, aber einen sauber nehmen. Sauber und gehe in das NYX No Filter Powder. Das ist in der Farbe Light Beige. Das ist auch so ein Hybrid aus Highlighter, Finishing Powder. Es sorgt für so einen leichten Touch on Glow und Bewegung. Und gerade wenn ihr trockene Haut habt, ne? Und nicht so viel Puder benutzen wollt, nehmt einen großen, fluffigen Pinsel, geht in so einen Finishing Powder rein und tupft das hier so ein bisschen rüber. Und das gibt dem Gesicht ein bisschen mehr Bewegung, ohne dass es so speckig aussieht, ne? Also das ist halt oft, was ich in den Kommentaren auch von euch lese, dass ihr zwar Glow haben wollt, aber nicht speckig aussehen wollt, ne? Und auch wenn ihr vielleicht nicht mehr 13 seid, könnte das ein bisschen schwierig sein, wenn man sehr, sehr glowy ist. Mit so einem leichten Finishing Powder ist da alles fein. Ich muss sagen, ich liebe die Base auf beiden Seiten völlig egal, aber das wisst ihr mittlerweile. Ich habe noch was für die Augen. Und zwar dieses Schätzchen hier von Essence. Das ist die Konnichiwa Tokyo Eyeshadow Palette. Eine wunder, wunder, wunderschöne Palette, die ich sehr, sehr gerne benutze. Generell die City Paletten waren von Essence immer top. Die neuen gefallen mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz so gut, aber die waren halt sehr, sehr gut und die kriegt ihr auch noch online. Auf der anderen Seite benutzen wir die Natasha Denona Mini Bronze Palette. Ich halte euch mal die Farben aneinander. Ne? Können wir auch schon mitmachen. Und vor allen Dingen, das ist mir ganz wichtig, bei diesen City Paletten oder gerade bei dieser City Palette von Essence ist der Unterschied wirklich kaum wahrzunehmen. Deswegen, ich starte mal mit Natasha Denona auf dieser Seite und blende mir die Farbe in der Mitte hier aus. Auf der anderen Seite nehme ich denselben Pinsel, nur in einer anderen Form in Sauber und gehe hier in den Ton in der City Palette rein. Ich bin so ein bisschen in diese beiden hier reingegangen, ja, und habe die dann gemischt und dann zack, hast du almost the same wie auf dieser Seite. Ja, hier ist, wartet, pass auf, da gehen wir jetzt noch in der Natasha Denona Palette in diesen Ton hier rein, in den da oben. Der ist nämlich ein bisschen dunkler und ein bisschen orangener. Come on. Außen stempele ich mir dieses Rot hier so ein bisschen rein, als kleines V. Und dasselbe mache ich in der Essence Palette mit diesem Braun hier. Blende das Ganze so ein bisschen aus, korrigiere es außen so ein bisschen und also der Vibe ist schon sehr ähnlich. Ich nehme jetzt meinen Finger, gehe in die Natasha Denona Palette in diesen Schimmerton. Was man Natasha Denona lassen muss, Schimmer kann sie auf jeden Fall, also die Schimmertöne von ihr sind legendär. Und das ist auch von der Textur her schwierig, da ein Dupe zu kriegen für, weil sie einfach sehr, sehr gut sind. Wir haben in meiner Palette mit Catrice, wenn ich das so sagen darf, die Farbe Work und CEO. Die kommen dem von der Textur her, von der Haptic her schon sehr nah dran. Diese hier, es geht jetzt so ein bisschen um den Vibe, lieben wir. Und gerade, wenn man das so ein bisschen auf die Entfernung sieht, na dann siehst du da nicht mehr viel. Als Mascara benutzen wir auf der teuren Seite die Legit Lashes Mascara von Huda Beauty. Die hat ja auch so zwei verschiedene Bürstchen mit dran und die erinnert mich doch sehr, sehr stark an die von L'Oreal. Die macht krasse Wimpern. Ich finde auch dieses gebogene Bürstchen sehr, sehr gut. Das mag ich sogar fast am liebsten. Und auf der günstigen Seite das von L'Oreal. Ich zappere mir mal schnell was auf die Lippen und habe ein wunderschönes Make-up. Egal auf welcher Seite, ihr süßem Häuser. Was sagt ihr? Welche Seite gefällt euch besser? Ich kann es mir fast vorstellen, wenn man alleine an den Preis denkt. Aber ich glaube, es ist hier wieder klar geworden, dass die Drogerie immer wieder ein klötzekleines bisschen freundlicher für unser Portemonnaie ist. Genauso wie Larisée. Schaut unbedingt bei Larisée vorbei. Ich verlinke euch alle Informationen, den Rabattcode und alles, was ihr wissen müsst, unten in der Infobox. Holt euch eure Duftzwillen für euch nach Hause. Ihr werdet es lieben. Ich liebe es. Und vor allem, ey, das ist so toll. Passt auf euch auf. Ich hoffe, ich liebe es. Tschüss. Tschüss.